Nach meiner Vergangenheit, ich sagte es schon, jetzt quasi Next Generation zog von Günther Weber. Ist der nächste Auftrag, aber dieses Pferd ist selbst, dann war die Schrenk mit Kante von Riegesburg, zog von Paola Korkowski und das Pferd jeweils zu 15% im Besitz von Lisa Dagger und Paola Korkowski. Erstaufgabenteil, beliebiges Tempo-Töp, wir freuen uns auf die letzte Gruppe in dieser Tempo-Töpung T2. Also, los geht's, Ende Tempo-Töp! Das war's, Ende Tempo-Töp. Das war's, Ende Tempo-Töp. Alles aan de linkerkant is in de vallon. Das war's, Ende Tempo-Töpung T2. Ja. Das war's, Ende Tempo-Töpung T2. Das war's. Das war's. Ich denke, ich habe vier Gange, oder? Ja, das war's, ich habe hier dabei. Die Erreiße war's, Ende Tempo! Derzeit war's. Ich habe hier Günen, oder? Ich werde hier bei ihm waren. Das war's, Ende Tempo-Töpung Töpung Töpungen Töpung, Wir haben uns zwei Notenkorrekturen für Josephine Meyer und Bianca Müller von der Lichter Platz 4. Die Lichter wird hier damals schon gerade eingetragen, für Josephine Meyer die 6,1 und für Bianca die 6,8. Zwei Sekunden noch. Dankeschön. Und dann bitte die Handwechselin bekommen zur Untertitel. Und hierher der letzten Aufgabe ist auch für euch zu überstehen. Bitte zurück eine Hand nehmen, damit die Hand nach vorne und den Rest kennt ihr natürlich bestens. Also, viel Spaß! Ich bin ein Swan. Ich bin ein Swan. Ich bin ein Swan, ich bin ein Swan. Wenn ich ein Swan slip. Ich bin ein Swan, ist ein Swan. Ja, das ist so schön! Ja, meine Hand. Ja! Ja, die Leute, die sind da auf! Ja! Drei Sekunden. Das war's in dieser T2, dann Applaus bitte für die letzten beiden Stämaten, das war Jolli Schrenk, die letzte Woche war es in unseren Freundschaft, sie sagt gut, vielen Dank.